Aber wenn Rhys nicht X ist, wer ist das dann? Benno! Könnt ihr mich hören? Ich hoffe wirklich, ihr hattet Spaß an diesem dummen, totalen, kleinen Spielen, auf das sich diese Schule so viel Angst beten scheint. Ich habe versucht, Evan zu wagen, aber wenn ihr alle so stolz darauf seid, die Schulfarben zu tragen, dann werdet ihr das hier lieben. Ihr werdet es! Ihr werdet es nicht lieben! Ihr werdet es nicht lieben! Ihr werdet es nicht lieben!